die vorwärts treibt sich natürlich nicht guck mal ich bin schön, oder? seht ihr mich? hier mit meinen Goggles? natürlich immer dabei da oben ist einer, auf dem Dach hier holt sich der Felix im Hof fest das ist mein Team Bash das war MEIN Team Bash ok der kommt auf YouTube ok der kommt auf YouTube drück einer durch mit 5 HP boah was kriegt der mich nicht ey? war MEIN rechts Schacht langer Gang auch noch einer Schacht kommt gleich raus, Jani guck auf Schacht, Jani guck auf Schacht oben Dach, oben Dach, Jani oben Dach er hat nichts mehr sonst red ich gerade auf sonst red ich gerade auf welcome to CQB welcome to YouTube zeigen zu den nächsten ich hab mir gesagt ich hab mir vor Arsch ich hab mir den Tank einfach 4 jetzt gefressen wenn du siehst ist der oben links Dach Geh wieder Kaffee rein, stell da nur zu. Einer kommt hinter dir her, Achtung. Ich bin 8. Ich lösch jetzt die Achtung. Geh wieder rein. Ist einer Kaffee? Nee, der ist wieder zurück. So scheisse Achtung. Fuck. Unten Base. Harz guckig. Oh, den hätte ich flapsen müssen, das war Quickscope across the map, Junge. Oha. Der war einfach episch. Patrick, warst du grad schon tot? Nee, ne? Aber du hättest flapsen können. Meinen kriegst grob. Alles auf dem Gegnerdach kaputt machen, bitte. Ich krieg einen Rasch, du. Oh Gott. Ja, ich guck mal bitte, wenn bei mir was kommt, ja. Oh mein. Ja, ich komm zu dir, Reiset. Voll. Geh hoch. Machst du dich noch, soll ich runterkommen mit? Boah, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal. Boah, mir ist safe. Da bist du, Eva. Boah. 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 Bebens an trapsen was, jetztuést was. Das war zu wenig. Boah. Link warst du mit traps, oder? Boah. 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 Der hat sogar auf seinem CQB noch ein Exit-Megge gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017